Hallo Leute, was geht ab? Hier ist euer Coach Martin von den Alpha Fighters. Heute ein Video fürs Boxing vor MMA und zwar geht es darum, wie ihr mit einem Parry perfekt kontern könnt, um euren Schlag perfekt ins Ziel bringen zu können. Also bleibt dran! Dennis unterstützt uns heute dabei. So, beginnen wir locker. Wir kontern den Jab von unserem Gegner, nehmen den Parry auf. Ein Parry ist eine ganz normale Abwehrbewegung bzw. der Jab kommt. Ich nehme den Schlag auf und leite ihn um. Das heißt, ich leite ihn locker nach unten um. Das muss schnell geschehen. Nochmal. Jab, Wupp, raus. Jab, Wupp, raus. Jawohl. Nochmal. Sehr schön. Von hier aus kann ich wunderschön kontern. In diesem Moment, wenn der Schlag kommt und ich ihn nach unten ableite, ist die Innenbahn offen, dass ich schön sauber mit der rechten direkt zum Kopf locker kontern kann und reinkomme. Nochmal. Runter, Wupp und raus. Was wichtig dabei ist, schön die Hüfte maximal einzudrehen, damit ihr sauber nach vorne kommt. Für das MMA ganz wichtig, da ihr kleine Handschuhe trägt, ist es wesentlich einfacher, von hier aus auch durchzukommen. Runter, Wupp, Wupp, rein und Schlag. Wir zeigen mal gerade von der Seite nochmal. Okay. Jab kommt. Wupp, aufnehmen. Schön sauber. Leicht nach unten lenken. Wichtig dabei beim Parry. Wirklich nur mit dem Handgelenk. Arbeit. Nochmal. Wupp, Wupp, und nach vorne kommt. Nochmal. Wupp, Wupp, und raus. Wupp, Wupp, und nach vorne raus. Jawohl. Schön nochmal. Wupp, 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 raus. Das ist die erste Variation. Die zweite Variation, da nehmen wir die gleiche Hand für den Parry und für den Konterschlag. Das bedeutet, er kommt, aufnehmen mit der rechten Hand, leicht nach unten ableiten und direkt von hier aus raus, Wupp, nach vorne zum Kontern. Nochmal. Wupp, Wupp, und raus. Wupp, 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 und raus zum Kontern. Nochmal. Raus. Konter. Und wieder zurück. Wichtig fürs MMA, dass ihr sauber steht. Ruhig die Linke ein bisschen rausbringen. Nochmal. Runter. Schlag. Linke raus. Wieder nach vorne bewegen. Nochmal. Wupp, Wupp, und raus. Nochmal. Wupp, 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 raus. Andere Variation. Nummer 1. Wupp, Wupp, und raus. Wupp, Wupp, und raus. Nochmal. Wupp, 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 und raus. Sehr schön. Ziemlich einfach umzusetzen, aber sehr effektiv. Jetzt ohne Handschuhe oder mit A-Handschuhen wäre das genau das Gleiche. Wir haben jetzt keinen großen Schutz um uns herum, aber der Parry funktioniert wunderbar bei der Situation. Leicht aufnehmen, direkt raus und wieder zurück. Nochmal, und raus. Nochmal, und raus. Variation 1, Variation 2, gleiche Hand, Parry. Und Gegenschlag, und raus. Stabil stehen, raus, aufnehmen. Wirklich locker aufnehmen, nach unten ableiten, Gegenschlag und zurück. Nochmal, und Gegenschlag. Nochmal, raus, jawohl. Also ihr seht, das Ding funktioniert richtig gut. Habe ich schon gute Erfolge auch beim Boxen gehabt, bzw. beim Sambo, beim MMA. Tolle Technik, nutzt das ruhig. Arbeitet an dem Konter bzw. an dem Parry. Und ihr kommt immer oder oft gut durch, um euren Schlag anbringen zu können. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dem Video. Wenn euch das Video gefällt, unsere Videoreihe gefällt, freue ich mich über ein Abonnement bzw. ein Like von euch. Wenn ihr neue Techniken sehen wollt, oder etwas Besonderes noch, oder eine Frage zu der Technik habt, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns darüber. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und wir freuen uns schon aufs nächste Video. Also bleibt dran.